Die Wollnys sind um ein Kind reicher. Loredanas Baby ist da. Im August gibt das Mitglied der TV-Großfamilie bekannt, dass es zum ersten Mal Mutter wird. Vier Monate später ist es soweit. Loredanas Mama Silvia verrät auf Instagram. Heute Nacht um 2.40 Uhr hat das Baby von Loredana plötzlich und unerwartet vier Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt. Warum ihr Enkel es so eilig hat, erklärt die einstige Promi-Big-Brother-Siegerin nicht. Stattdessen betont die 57-Jährige, dass es ihrer Tochter und dem neuen Familienmitglied gut geht. Beide sind wohl auf und wir sind sehr stolz. Wie sehr sich die Familie über den Neuzugang freut, wird auch in den Kommentaren deutlich. Loredanas Schwester Estefania schreibt, Herzlich willkommen in der Familie. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Auch Serafina und Lavinia reagieren begeistert. Kurze Zeit später meldet sich aber auch Loredana persönlich bei ihren Fans. Es lief nicht alles nach Plan, aber jeder Moment, seitdem du auf der Welt bist, ist wunderschön. Wir lieben dich über alles. Die 18-Jährige merkt mit der Geburt, was Liebe bedeutet. Loredana und ihr Freund könnten mit ihrem kleinen Engel kaum glücklicher sein. Loredana und ihr Freund. Untertitelung des ZDF, 2020